Ich bin Hildo. Ich heiße Johannes Gerhard Maywald. Brigitta Hochstein. Ich will nicht mehr sehen, weil die Läden auf der Linie sind. Nightmares, schreit, schreit. Als ich die ersten Bilder da sah, da habe ich gedacht, guck mal, das hast du alles schon erlebt. Wie lange hörte man das Knallen und brrrt, das Maschinengewehr. Man kannte ja nur Kriech, Angst, Hunger, Elend. Da ist ja Kriech, genauso wie das bei uns auch war. Die sind ja nicht umsonst gegangen, die sind ja nur gegangen worden. Ich war ein Fremdkörper, eine Fremde. Ich war ein Fremdkörper, ein Fremder. Ich war ein Fremdkörper, ein Fremdkörper, ein Fremdkörper, ein Fremdkörper. Ich bin nicht nur zufrieden, ich fühle mich so wohl. Da besteht die Verbindung, dass die jungen Flüchtlinge von den alten Flüchtlingen profitieren können, wenn die ihre Geschichte weitergeben, auch an sie weitergeben und ihre Herzen öffnen.